Ja, Kneipp, mach ich dich munter. Wir sind hier im schönen Kneipp-Kurort in Bad Botenteich. Und ganz entsprechend des Ortes ist unsere Kita auch eine Kneipp-Kindertagesstätte. Hinter Kneipp verbergen sich fünf Säulen. Die Ernährung, das kalte Wasser, die Lebensordnung, die Heilkräuter und die Bewegung. Wir beginnen schon ganz früh mit dem Kneippen und uns ist dabei wichtig, dass die Kinder große Freude und Spaß daran haben. Kneipp ist eine uralte Philosophie und heute dennoch aktueller denn je. Reizüberflutung, Fehlernährung, Bewegungsmangel, das kennt heutzutage, glaube ich, jeder von uns. Wir sind ein großes Zuhause für Kinder vom Krippenalter und begleiten sie oft bis durch die Grundschule. Hier in Bad Botenteich gehören Kita und Hort zusammen. Wir sind sowas wie eine große Familie. Tiere spielen eine wichtige Rolle auch für die Seele des Menschen. Sie spüren, wie ist ein Mensch unterwegs und Kinder lernen wiederum daraus, wie muss ich mit dem Tier umgehen. Wir möchten, dass die Kinder sich hier zu Hause fühlen, dass sie geborgen sind und glücklich sind und wir begleiten sie durch den Dschungel der Gefühle, die Guten und die Schlechten.